Hallo, hallo. Erstmal ein schönes, gesundes, frohes neues Jahr. Und für alle, die schon dachten, mit Crusader geht es gar nicht mehr weiter. Hier zum Glück der Beweis fürs Gegenteil. Die Frau grinst. Und hört komische Mist. Okay, weiter geht's. Ich weiß grad nicht, ob wir weiter oder weiter zwei sind. Ich glaub weiter. Ich bin mir aber nicht sicher. Nein, ich glaub wir waren bei weiter zwei, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo wir grad sind. Ähm. Wir sind definitiv, die Frau macht voll auf Hip-Hop. Ich glaub wir sind hier. Moment. Und ich dachte, dass Verwaltungsab... Ja, ich glaub schon. So. Entschuldigung dafür, ich muss erstmal wieder reinkommen nach diesen ganzen Wochen. Ähm. Was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass wir in der sechsten Mission waren beim letzten Mal und dort Senator Snell entführt haben, der uns gesagt hat, wo wir das Nervengaslager finden. Ja, und jetzt glaub ich, müssen wir auch dieses Nervengaslager auch letztendlich zerstören. Wir werden gegen das WEC Nervengaslager einen Präventiveingriff starten und es zerstören, Captain. Corporal Reeves schleust sie in die Hauptlagergebäude ein. Sie haben eine Fusions-Pack dabei. Alles, was sie tun müssen, ist die Pack irgendwo auf deren Abschirmung zu deponieren und das Lager wird Kilometer auch in die Luft fliegen. Unsere Wissenschaftler haben uns versichert, dass durch die Explosion das Gift völlig verbrannt wird und keine gefährlichen Rückstände zurückbleiben werden. Auf jeden Fall werden wir unter keinen Umständen die Pack zünden, bevor nicht all unsere Einheiten das betreffende Gebiet verlassen haben. Das WEC wird annehmen, dass Nell geredet hat. Das bedeutet, dass man uns erwartet. Wenn es nicht beim ersten Versuch klappt, wird es eine Katastrophe. Diese Schwarz-Kittel da. Willkommen. Musik ist cool. Okay, ich komm doch anscheinend noch nicht hoch. Ah, Kita. So. Jetzt komm ich da gar nicht durch. Klasse. Uh, die Blasen-Pack. Die schau da cool aus in der Mitte. Komm. Hm. Hm. Ich hab hier keinen Platz, wo ich stehen kann. Äh, shit, ey. Ich fäng ja schon mal ziemlich scheiße an, die Mission. Was ist denn eigentlich da oben? Ich will da jetzt rauf. Sofort. Hm. Ah. Ich sehe was. Hat das was gebracht? Nein. Uh, die wird spannend, die Mission, hab ich das Gefühl. Ja, einfach mal durch, oder? Wo ist meine Kamera? Ah. Ah. Fick, hey. Ich sag mal nicht. Okay. Okay. Ja. Okay. Ach. Ach. Ich bin nur so auf dem Thermo. Ach. 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 So. Mal jetzt zum Glück. Ja, hier geht es schon ziemlich ab. Alarm. So, ich habe beide, ne? Ich habe die und die. Das sind Mechs. Wir haben zum Teil auch ziemlich, ziemlich böse Plasma-Waffen. Was ich nicht wirklich mag. Ah! Tollisch, was geht denn ab? Okay. Jetzt ganz ruhig, ja? Da ist abends noch ein Plasma-Laser. Stirb endlich! Das ist eine Kiste. Ja, ich hätte dieses Spiel nicht gerne auf einem höheren Spiel. Ich habe es gerade gespielt, das kann ich euch sagen. Und ich sehe da einen Laser. Und er ist tot. Puh. Puh. Der hat sicherlich eine Energiezelle. Ja. Die kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Der hat Raketen. Kein Alarm. So. Immer schön vorsichtig voran. Ich speichere lieber mal kurz dazwischen. ASD. Okay. Was ist das jetzt da? Okay. Nochmal. Nochmal. Mh. So. So, so, so. Die kommen hier. Ich habe es gewusst. Wie sich das draufschießen kaputt macht. Hm. Ist da auch noch einer? Ja. Hm. Ich will da jetzt ehrlich gesagt gerne rein, aber. Okay. Kann ich sonst auch hier irgendwann, irgendwann auf irgendwas schießen? Hm. Hm. Ah, okay. Sau cool. Hm. Bringt das auch wirklich was hier? Hä? Hä? Was soll das jetzt da? Ich bin so verwirrt. Hm. 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 Ich nehme mir erstmal eine andere Waffe. Da kann ich nicht ständig meine Munition hier verballern. Aha. Okay. Oh, das ist ein scheiß Rätsel, hey. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mir das echt noch lange nicht länger antue hier. Hm. 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 Ich bin ja ein Idiot. Okay. Ich bin zuverwürdig. Okay. Ich darf nicht so hin. So. So. Ich lasse mal den Generator. Hö, hö. Noch einmal. So. Raus hier. Das war jetzt ein Scheiß. Und jetzt. Hahaha. So. Endlich. Weiter. Ich glaube, ich soll mal wieder speichern. Ich bin mal gespannt, wie asynchron das hinterher beim Rendern wieder wird. Keine Ahnung, wie so Crusader immer asynchron ist mit dem Ton. Fertig. Komm, komm. Ah, ah, ah. Oh. So. Da ist noch ein Geschützt-Trop. Oh. Das Team-Map ist echt. Der echt schmack ist. Spür ich wieder so ein scheiß Rock, oder? Da schmeißt irgendjemand mit Granaten. Hilfe! Ist der jetzt tot? Der Granatenwerfer? Nein, ist er nicht. Doch, jetzt ist er es. Hellgeil. So. Ah! Das ist ja unfair. Oh, ist schon wieder einer. Ah, geschützt so, man. So. Weiter. So, ich glaube, ich habe die rote nicht. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Ich will auch nicht, dass es geht, jetzt einen Alarm da auszulösen. Hm. Erstmal lupen wir die anderen beiden hier. So. Nun gut. Ist das ja? Okay. Ich könnte diesen Teleporter auf jeden Fall verwenden. Was man aber nicht sehr viel gebracht hat. Hm. Ich frage mich, was das hier ist. Ah, da ist die Klau ausgeschalten, okay. Wie immer beim Teleporter speichere ich lieber mal. Wo ist er? Das ist doch schon wieder einer von den neuen Wachten, oder? Schaut schon wieder so interessant und lustig aus. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ah. Na gut. Ja, ist auch okay. Ja. Okay, doch. Ich habe gedacht, er wäre irgendwie so ein Ding dahinter gewesen. Schalter oder sowas. Aber anscheinend nicht. Nicht vertan. Mapkit. Ui, Schalter-Rätsel. Okay, aber zuerst kümmere ich mich hier um diese unliebsame Kamera. Ah, das ist ein Scheiß. Ah. Ja, schieß nur. Tja, stirbst du jetzt endlich mal? Na, also. Oh, oh. Oh, ich komme nicht mehr zurück. Das ist ja asozial. Das ist ja absolut... Ich komme jetzt wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, aber mir ist es nur recht. Ich will eigentlich hier lang. Ups, vergab. Grüne Keycard, die habe ich noch nicht. Ah. Alter. Hey. Oh, nee. Ist die Tür aufgesprengt worden. Alarm. Alarm. Eintritt. Die Tür ist sicher. Schau mal, was man hier um. Äh. Wir hatten so Glück, dass ich so viel Dings schon tragen kann. Äh, so viel Energiezellen. Da ist die grüne Keycard! Ich will sie haben. Ist das so klar. Irgendwie trau ich diesem... ...dem sowieso schon noch nicht. Okay. Tune in die Keycard. Hallo? Sidestep! Volles Massaker hier. Ich nehm's dann einfach mal. So. Grün. Grün ist die Hoffnung. Die Hoffnung, dass mein Save funktioniert. So. Äh? Hi. Ah, die hat ne Leserwaffe. Alles klar. Genauso wie der hier. So. Ich habe irgendwie Angst, Schalter zu drücken, bei denen nicht eindeutig ist, was sie machen. Genau deswegen. Stehe jetzt auch noch mal Thermatron drin? Nein. Okay. Aber ich gucke mir jetzt mal noch hier. Äh. Okay, gibt's nicht viel, um zu gucken. Ich hab mir dieses Jahr keine Vorsätze gemacht. Bringt eh nix. Hahaha. Ich finde es irgendwie sinnfrei mit den Vorsätzen. Kann man sich genauso gut unter dem Jahr machen. Äh. Computer. Okay. Okay. Was? E-E-O-D? Vielleicht mal Einsatz besprechen. Ah, okay. Hä. Ah, okay. So. E-E-O-D Nervengas behält auf Ebene 7 finden. Um Gottes Willen. Ebene 7. Eh. Es gibt eigentlich sogar einen Quick-Safe. Aber. Aber da muss man jedes Mal noch mal bestätigen, dass man speichern möchte und so einen Schrott. Äh. Ja.